Mommens zusammen und willkommen zurück zu Outlast. Vorige Folge waren wir, beziehungsweise sind wir, noch mehr durch Innenhöfe gelaufen. Durch mehrere. Und jetzt in dem nächsten Innenhof. Da vorne soll es, meine ich, zur Frauenstation gehen. Ähm... Warte mal. Ach ja, da bin ich her, genau. Und da muss ich jetzt lang. Ja, ähm... Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ach, wir müssen hier lang. Oh, Mann. Guck dir den Brunnen an. Ah. Mega kacke. Ja, ähm... Schauen wir mal, ne? Ich würde sagen, zuallererst... Hier könnten wir wahrscheinlich gleich rein, oder? Gucken wir mal. Ja. Aber gucken wir uns um. Hm. Schaut euch den Brunnen an. Sieht der nicht einladend aus. Nein. Aber egal. Ich guck mich trotzdem ein bisschen um. Hör auf zu knattern. Äh, zu knitter... Knistern. Zu... Ja. Danke. Ist besser. Nicht. Also eigentlich, was ich mir hier gerade erhoffe, ist, dass ich Batterien finde. Aber, äh... Sieht schlecht aus. Was haben wir denn da vorne? Eine Batterie. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen, als hätte ich, wie in Kindertagen, einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Bin ich jetzt verrückt? Bäh. Okay, mehr ist hier nicht. Meine ich. Dann gehen wir mal rein da. Ist nicht sehr einladend hier. Tut mir leid, dass ich manchmal so, ähm... Escape drücke. Aber... Speichert. Wo muss ich hin? Die ist vernagelt. Ich kann nur rechts lang. Oh, fuck. Gut, er hat gespeichert. Schauen wir ab. Du sahst den Wallrider, nicht wahr? Du bist begint zu verstehen, aber noch nicht. Auch Abraham musste seine Augen auf den Boden legen. Es ist so, so, so. Das ist so. Die Rävelation ist an der Hand. Okay. Ähm... Ja, okay. Wir sollen nach oben. Mann, ey. Bin ich froh, wenn wir hier durch sind und wir in the real zocken können. Irgendwas bewegt sich da. Mh, fuck. 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 Nooo. Nooo. Dammit. Ah. Speichert. Das mag ich nicht. Ah, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, King Herr, gleich werde ich 100% verfolgt. Wir gehen einfach hoch, ja? Oh, Mann. Ah. Das ist Scheiße. das richtig kacke man kann da unten weißt du was mir am meisten abtakt das heißt hier das hier eigentlich der der frauendistrikt sein soll irgendwie ja weiß ich nicht nichts 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 okay ich weiß nicht ob ich es gut finde wenn wenn viele geräusche da sind oder oder keine ja ok Nee, nee, nee. Noch nicht. Wir gucken uns noch um, weil wir hier so viel Spaß haben. Ja, ja. Hm, gut. Richtig gut. Hm. Die Geräusche sind schön. Fuck. Fucking hell. Oh. Dokumente. Kurze Einführung in die War Rider Mythologie für den Betreuerstab von MRD. Merk of Corp. Hinweis. Nur für unterstützende schriftliche Zwecke. Nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. So, Entschuldigung. Ja, War Rider. Auch als Alp. Mara. Oh, Mara. Oder Schrad bekannt ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs. Woher auch sonst? Was steht hier denn eigentlich im Weg? Warte mal. Hä? Ach nee, das ist der Ze... Seht ihr, warte, seht ihr, seht ihr, seht ihr, äh, das ist, dieses weiße Ding hier? Ich dachte gerade die ganze Zeit, irgendwas ist hier in der Kamera. Ist vom Spiel. Okay, also deutschen Ursprungs. Interessant. Ähm, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken paralysiert und nach Luft ringt auf. Der Name Mara lässt sich auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten. Aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Das ist ja übel eklig. Okay. So. Jetzt gucken wir nochmal. Wir haben jetzt... Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Irgendwann habe ich mal, ich glaube, bei Steam-Errungenschaften gesehen, dass es irgendwo von 15 geben soll. Ja. Äh, gehen wir weiter hoch. Daraus wird nichts. Ach, so ein Dreck. Äh. Jetzt hört sich hier richtig ekelhaft an. Laundry-Room. Waren wir hier? Ja, hier waren wir. Okay. Äh. Da ging es auch nicht hoch. Ah, hier stand vorhin noch jemand. Oh. Ich kann nicht nach oben. Hier ist nämlich auch kaputt. Warte. Siehste? Man kann nur nach unten. Ich will aber nicht nach unten. Oh Mann, ey. Putz bröckelt vor ne Wände. Muss man mal dringend renovieren. Bin ich hier rein? Ne, bin ich nicht. Entschuldigung. Ja, okay. Das heißt, wir müssen in den Keller. Oh, ja. Mega. Ich habe richtig gute Erfahrungen im Keller gemacht. Hm. So gar nicht. Da hat mich einer mit einem Knüppel mal umgeschlagen. Na, mal schauen. Ah, fuck it. Fertig. Es wird tot. Ah, nee. Ich habe das Ding ausgemacht. Ah. Ich höre da irgendwen. Es gefällt mir gar nicht. Wirklich gar nicht. Gar nicht. Okay. Irgendwie rabe ich das noch nicht so ganz. Also, Project Paperclip Joint Intelligence Objectives Agency. Meine Güte. Warum muss man so lange Namen machen? G.O.R. Dokument Nummer 8 von 100... 186. Okay. Entschuldigung. Ablage 230, schrägstrich 86, schrägstrich 46, schrägstrich 5, Abzug. Referenzgesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. A. Project Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Project 63, das ist Punkt B, ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist es, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Ja. Und? Ne, ist hier nicht. Der Typ steht in der Ecke. Aber, hä? Jetzt bin ich überfragt. Jetzt bin ich völlig überfragt. Ich soll doch nach oben. Wie komme ich denn nach oben? Also, den Aufzug kann ich nicht nehmen. Habe ich mir das übersehen? Kann ich da rüberspringen? Mit Shift lau... Oh ja! Meine Blödheit hat uns mehr Kundschaftung unten verschafft. Dadurch haben wir aber auch zwei Dokumente gefunden. Macht nix. Bin gerne blöd. So. Speichert. Verlockung ist groß, hier aufzuhören. Bin ich ehrlich. Tatsächlich sogar, ähm, weil... Ich eigentlich mich jetzt hinsetzen möchte, was anderes zu tun. Ähm... So. Wie machen wir es denn jetzt? 12.12 Uhr. Ich glaube ich doch, ich war machen hier einen Cliffhanger. Wir hatten ein paar lange Folgen. Denn sonst gibt es mal auch mal eine kurze Folge. Nicht ganz die 20 Minuten, aber ist in Ordnung. Ähm... Und nächste Folge gehen wir dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!